So, guten Morgen und willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich müsste zwar jetzt gerade was anderes tun, aber ich dachte mir, ich spiele noch eine Runde Isaac. Wem spielen wir denn heute? Ach, machen wir einfach random, komm. Random! Wen spiele ich denn? Ich spiele... Lazarus. Sehr gut. Ist das gut? Keine Ahnung. Hat der ja nicht dieselben Eigenschaften wie Dings. Ach, er hat eine Pille. Oh Gott, will ich das wirklich mitnehmen? Will ich das... War das wirklich eine gute Idee, das jetzt mitzunehmen? Wo resettet man hier überhaupt? Das könnt ihr jetzt mal probieren. Das drück ich. Ist das da? Gibt es überhaupt Reset auf meinen Controller? Ich muss hier kurz mal... Ne. Funktioniert das auch, seitdem du noch? Funktioniert noch. Danke. Ich bin ja ein großer Freund, aber bestimmte Sachen möchte ich jetzt nicht haben. Vor allem, Ovid Tears ist eher... Scheiße. Ja, ich glaube, Scheiße trifft es ganz gut. Also, vielleicht mit den richtigen Items ist es schon gut, aber... Lamp Party, hey, ich hab mich angepisst. Äh, was? Ich meine, natürlich, ich hab Orangesaft verschüttet. Nein, das war kein Orangesaft. Das war Limonade, äh. Das hat noch nie Orangesaft gesehen. Ne, da oben ist auch einer. Ich könnte die Karte immer wieder kleiner machen. So. Ich hab den Tod gefunden. Toll. Das gibt mir Hoffnung für das Display. So, hier. Hier, geh mal. Das war nicht der Absicht. Ja, ja, geh da oben hin. Oh Gott. Das ist nicht Gott, das ist nur eine Bombe. Die sind nicht so glücklich. Finde ich schade. Sieht aus, als hätten sie Zahnprobleme. Glauben, wir sollten nach dem Zahnarzt gehen. So. Wir haben keine Bombe. Jetzt haben wir Bad Bomben. Okay. Ich sag dazu jetzt mal nix. Geheimgang. Geheimausgang. Was hab ich noch beim Geheimausgang? Geheimruhm. Siegerruhm. Dingens. Okay, ich muss, ne? So, ich hoffe auch, der Sound passt. Ich solle vielleicht mal die erste Aufnahme überprüfen, jetzt, wo ich schon bei der dritten bin. Ach was, kommt nicht. Ah, nimm mal mit. Und noch mal Bomben. So, jetzt bräuchte ich noch bitte Brimstone, da alles wird gut. Alles wird gut. Haha. Oder Lasertiers, müsst ihr doch aufgehen, oder? Ich weiß gar nicht. Müssen wir mal sterben, danke. Ne, es reicht nicht für beide. Nein. Natürlich nicht. Aber es reicht für einen. Warte mal, ich könnte noch. Eventuell hab ich ja Glück und bekomm noch was Tolles. Nein. Aber ich hab Dinger gesprengt, hey. Etwas in die Luft zu sprengen, ist ungläufig friedigend. Versucht's doch einfach mal. Sprennt eure Freunde doch einfach mal in die Luft. Für was? Tausche Einschlüsse gegen zwei. Akzeptabel. Perfekt. Bin unentschlossen. Nein, ich nehm's mal nicht hier. Komischerweise wollte er mein Geldstück nicht akzeptieren. Nutz mal das hier, dann machen wir nichts zum Minimalschaden. Nein, machen wir nicht. So, komm. Komm schon. Das ist voll der spannende Kampf, ich weiß. Vor allem war da gar nicht lang gedauert, weil ich so viel Schaden hab. Spannung. Ja, natürlich die Gegner, die du suchst, äh, die Monster, die, deine Minions oder was auch immer, wie ich sagen soll. Spürt die Spannung des Kampfes. Könnt ihr sie spüren? Nein, ich auch nicht. Naja, was auch immer. Ich könnte meine Todeskarte benutzen, das hätte mir das sein. Oh nein, ich geb Ball of Bandage. Oh Gott. Ich brauch ja da noch Meatball. Oh Gott, den muss ich auch wieder bekommen. Das hat beim letzten Mal schon so eh geraucht. So, was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Okay, das find's schon mal schön an. Jetzt brauch ich nur noch mehr Schlüssel. Ich brauche Schlüssel. Wo ist der Schlüsselmacher? Schlüssel? Das sieht nicht aus wie ein Schlüssel. Das ist eines... Oh yes. Oh, HP ab. Zwei schöne Herzen mehr. Sehr gut. Das nehm ich doch gerne mit. So, jetzt noch Devil Deals und alles wird gut. Ich seh nicht. Nee, ich glaub nicht. Der war jetzt schön, ne? Habt das gesehen? Ja, das müsstest du erst mal nachmachen. Das ist nicht so einfach. So, Bossrasch mach ich eh erst später, wenn ich bessere Items freigespielt hab. Nein. Sieht nicht aus wie ein Schlüssel. Sieht aus wie Geld. Geld öffnen eigentlich alle Türen. Wieso das hier nicht? Warum kann ich Geld nicht als Schlüssel benutzen? Egal. Ich freu mich schon auf das Addon. So ein bisschen Art. Und tschüss. So, ich hoffe, im Secret Dom ist was Gutes. Vermutlich ist nur Schlott drin. Oh. Ach, Faltetaste. Der war jetzt gut. Mr. Mega. Sehr gut. Itemsnatcher. Das Gute oder das Schlechte ist, kommt jetzt immer darauf an, was ich noch so finde. Und ob ich zwei Schlüssel finde. Und was sind die goldene Kiste? Ich find keine Schlüssel. Ist das nicht verarscht? Ich liebe diese Verarsche. Ich komm da nämlich nicht ran. Was vor allem toll ist, dass wenn da ein gutes Item liegt. Und der Magnet zorgt dafür, dass die Items an uns zukommen. Das weiß ich nicht. So. Ich brauch noch Schlüssel, verdammt. Ist kein Schlüssel. Hier, es gehört sich Schlüssel zu meinem Herzen. X ist. Naja, ich weiß. Du musst mich gern töten. Ach, ich hasse es. Steht da leicht günstig, glaube ich. Trifft der mich? Er kann mich mit so einem Kugeln treffen. Also. Naja. Aber wenn du da mal weggehst. Läuft auch ganz gut. Solange bis ich in den Gegner hier reinrenne, dann läuft es nicht mal so gut. Aber trotzdem gewinne ich noch. Oh ja. HP plus Lack ab. Jetzt noch ein Schlüssel ab hätte. Das wäre toll. Kein Level Up, sondern ein Schlüssel ab. Level Up gibt es hier eh nicht. Ach, komm schon. Ich will doch nur Satan-Deals. Keine scheiß Kisten, wo nur Scheiße drin ist. Okay, ich hatte doch da hinten noch eine Tür, noch einen Raum, meine ich. Gut. Gehen wir mal zu dem Raum. Ich muss mal kurz meine Hände anders platzieren. Näher an meinen Penis, ey, was? Ist irgendwie besser, glaube ich. Ne, ist auch nicht scheiße. Ist auch nicht scheiße, ja. So ist besser. Ja, tötet ihn mal für mich. Ich muss eh nicht so viel tun. Ist schon praktisch hier. Ist schon sehr praktisch. Ach, komm schon. Ich muss mal auf, ein Gegner zu spawnen. Brauchen wir noch irgendwas zum Aufspringen? Ne, oder? Ne. Gibt es nicht so zum Aufspringen? Ach, komm schon. Du wirst mir doch bestimmt noch einen Schlüssel geben, oder? Ich habe die Spinnenschlüssel gefunden, hey. Ich könnte da unten, ey. Das ist irgendwie ja nicht toll. Ich habe wieder mal nicht das, was ich brauche. Letzt mich spielen. Also von der Seite sieht aus, da hat er irgendwie ein Schnorchel oder sowas im Gesicht. Okay, wir gehen tiefer. Und lasst uns offensichtlich ankacken. Gehe ich rein, ich gehe rein. So, und? Ich kriege ein Blausherz. Und spinnen, hey. Ich habe eine Bombe für nichts ausgegeben, ganz toll. Das war ja... Lohnswert, der Wahnsinn. Achso, ich habe das ja eben verbraten und hat es jetzt nicht mehr... Ne, hä? Dann habe ich das benutzt. Interessante Frage. Warum habe ich das jetzt nicht einsatzbereit? Und ich sehe da einen blauen Stein. Und ich kriege schon wieder eine Kiste, die ich nicht öffnen kann, weil ich keinen beschissenen Schlüssel habe. Das ist auch kein Schlüssel. Poison-Touch. Komm, mach mal auf. Das ist auch kein Schlüssel. Mit zwei Milliarden Sachen, aber keinen Schlüssel. Das ist Geld, um mir einen Schlüssel zu kaufen. Freu dich. Gut, du kommst in den Shop rein, weil du keinen Schlüssel hast, aber du hast Geld, um einen Schlüssel zu kaufen. Tolle Sache, das. Mensch. Mit offenem Mund spricht man nicht. Echt Klafen. Nicht. Nicht ordentlich. Na, leckt mich doch. Jetzt aber. So. Ich hätte gerne noch was Brauchbares. Vielleicht einen Schlüssel. Oder 200 Schlüssel. Kannst du eh nur 99 tragen. Dann geht's nicht. So, komm schon. Komm schon. Komm schon. Einen Schlüssel, hey. Cool, ich brauche noch mehr. Ich brauche eine ganze Armee an Schlüsseln. Ich will eine Armee aus Schlüsseln. Ich will einen Feind entgegenwerfen. So, bewirft uns mit Schlüsseln. Das wäre auch interessant. Ach, komm schon, wirklich. Der war richtig gut daneben gesetzt. Ich bin stolz auf mich. Also richtig stolz. So, würdest du bitte platzen? Danke. Mr. Hanky. Äh, nein, Moment. Der war freundlicher. So, und ein blaues Herz. Perfekt. Ich hätte gerne noch einen Schlüssel übrigens. Oder zwei. Oder zehn. Wow, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Mit Skill. Mit Skill habe ich das gemacht. Könnt ihr euch nochmal eine Zeitlupe angucken, die ich nicht einbauen werde. Wie ich Skill habe. So, tschüss. Ich habe da irgendwas gehört. Oh, komm her, komm her. Komm zu Papa. Yes. Das hat doch der Arzt empfohlen. Täglich eine Portion Schlüssel einnehmen. Ist da noch mehr Geld drin? Perfekt. Ich bin rich, Alter. Und wir behaupten... Hm, vielleicht nachher. Ich dachte, das wäre der Battle. Nee, wechsel. Das ist doch nicht dieselbe... Ach, was weiß ich. Was weiß ich, ich kenne mich nicht aus. Ich habe das Spiel nur durchgespielt. Wo soll ich mich denn da auskennen mit dem Spiel? Ich brauche noch ein paar Herzen. Oh, und tschüss. Ah, ich bin schneller als ihr. Ich bin voll genug. Die K.I. ist voll der Noob. Also, solange sie mich tötet, dann cheatet sie mal wieder. Das war mir da super platziert. Ja, ich war schon hinter dem Felsen. Sag mal, seit wann können die durch Felsen werfen? Und wer was anderes behauptet hat, der lüft. Dass die nicht durch Felsen geworfen. Ich hasse diese Viecher. Vor allem, weil die können schräg schmeißen. Ich kann aber nicht schräg schießen. Das ist... ...schon leicht scheiße Dreck. Ja, komm. Leck mich hier. So, leck mich doch. Ich hasse diese Viecher. Vor allem in solchen Räumen. Ach, nee. Nicht eingetroffen. Ach, komm schon. Ich bin gleich tot. Ich hasse diese Dinger. Komm, ich brauche Herzen jetzt. Scheiße, Mistviecher. Ich kriege wieder keine Herzen, oder? Nein. Jetzt bekomme ich die Schlüssel, die ich einen Stockwerk weiter oben gebraucht hätte. Fick dich, Spiel. So, wie es mich hasst. Ich brauche Herzen. Ach, nee. Ich habe nichts. Das ist super. Ich treffe nicht mehr die, wo ich niedergeschossen habe, weil die der anderen da vorstehen. So, ich habe Bomben. Ja, ja, komm. Herzen. Das ist kein Herz, das ist eine Bombe. In Auge genommen, das ist zwei Bomben. Warum nicht? Schlimmer kann es kaum noch werden. Ich kenne das Spiel besser. Da sehe ich den Boss. Mist. Das habe ich jetzt nicht bedacht, dass das auch so passiert. Ich würde ja bitte mal sterben irgendwie. Vor allem die scheiß Knochenwerfer. Ich hasse diese Viecher. Das sind mit die schlimmsten Gegner. Oh, danke. Was? Was habe ich denn jetzt noch getroffen? Du musst mich verarschen. Was habe ich da getroffen? Hey? Na, den nehme ich nicht mit. Aber ich habe ihn mal gekauft. Und ich komme eh nicht mehr weit. Halt, da ich nicht mehr weit komme. Zuerst Options. Jetzt. Ich glaube, man sieht das Steam-Archiv in dem Video. Kann man das abstellen? Ich glaube, das kann man abstellen. Ach, was soll's. Das ist nicht so wichtig. Oh. Da liegt noch mal Zeug. Das nehme ich alles mit. Danke. Nein, ich lasse es liegen. Ich will es eh nicht. Da kann ich noch ein bisschen mehr hier reinwerfen. Wo ist man... Also wenn man im Fenster spielt, sieht man irgendwie mehr. Weil das Ganze irgendwie kleiner ist. Komische Sache. Soll das so nicht sein, glaube ich. Ach, ganz vergessen. Ich hätte die Scheiße nicht mitnehmen sollen. Ich habe noch Bomben. Das verwirrt ihn, die Bomben. Oder es vergast ihn. Kartaccia weiß noch mal Bomben. Wow, wow. Ganz locker. Alles wird gut kleiner. Wow, oh. Ach. Nein. Ich habe keine Bomben mehr. Mein Reich war das zu kurz. Und... Was wäre ich reingerauft? Oh, der Run ist nicht so gut. Jetzt komme ich wahrscheinlich bald wieder eine Joker-Karte, mit der ich... Und tschüss. Wie heißt es denn mit Devil Deals? Keine Devil Deals. Little Baggy has appeared in the Basement. Yes. Und abwärts. Mhm. Ich hätte gerne mal gute Items im Basement. Wie wäre es denn damit? Ja, gute Items. Sonst habe ich nicht so... Mhm. Hauptsache, ich kann völlig grinsen. Naja. So ein grenzstibiler. Scheiße, ich will nicht in der Luft bleiben. Aufnehmen, mitnehmen, weitergehen. Naja, das wollte ich nicht. Warum machst du das? Das habe ich gar nicht befohlen. Wie ist es? Ach, ich hasse es. Der Randorf wird echt toll. Aber so richtig toll. Wie in... Fick dich. So... Also... Secret, äh, geheime... Dingsbums Raum. Ich werde mit dem Namen schon wieder nicht ein. Oh, tschüss. So. Schlechter Charakter. Naja. Ich wollte auch mal wieder pompen. Nein. Ah, das war komplette Verschwendung. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich habe es gesucht. Was? Ach stimmt, der hatte noch ein Leben. Ja. Ich bin trotzdem gleich tot. Hat der noch... Ja, vor allem, wenn ich mich vor den Gegner, der... Ach nee, nochmal mit ihm. Ach, komm. Zoll. Oh, genau, was ich gebraucht habe. Hm. Großartig. Der Run überzeugt mich schon mal nicht. So überhaupt nicht. So überhaupt nicht. Bloß Herz. Toll. Könnt mich mal. Ja, das ist... Zieh es ab. Nee. So, das wahre ist das nicht. Ich will hier raus. Ich halte das nicht aus. Was ist der Boss? Ich könnte mit ihm hören. Ah. Das war nicht knapp. Nein, nein. Das war... Puh. Halt da. Man sieht mal die blauen Steine nicht so. Ich habe keinen Schlüssel. Och, nö. Das Viecher hat sich... Es ist wieder oft rumzuspringen. Bei problematisch sind Viecher, die rumspringen, erst wenn man so ganz großen Raum hat. Und schon ein wenig tiefer ist und in das Herz mitkommt. Hätte ich vielleicht noch warten lassen. Ich habe noch ein blaues Herz. So, hier springen ich mehr Steine mit in die Luft. Es könnte sein, dass ich da was finde. Und hier finde ich... Ja. Das wäre der Wahnsinn. Oh, ich habe noch die Körkel.